hier komme ich raus hier war ich ganz am anfang war ja sie ist gerettet kommt das speicherpunkt schön dich zu sehen bist du okay okay haben wir alle da die exe muss irgendwo sein jemand zieht doch jetzt den schwanz ein dann werden wir auch nicht wenn uns ist wahrscheinlich unser feind wartet auf uns vergesst einfach den namen das verhältnis zu ihm die umstände vergesst einfach alles ich zumindest bin nicht so stark dass nicht so stark dass ich an so etwas denke werde ich kämpfe sie ist vom feind zum feind geworden weil sie den kampf wollte wir haben uns ebenfalls zu uns dazu entschlossen zu kämpfen wir hatten keine andere wahl zumindest glaube nein hoffe ich dass wir uns richtig entscheidend entschieden haben was ist mit mir bin ich etwa derjenige der unentschlossen ist das nicht entschlossen du bist von mir gesteuert wir sind zu weit gekommen meine sorgen wollt ihr nicht hören oder und ab gerade was du gerade denkst ja kommt macht hin wenn wir das hören wollen müsst ihr überleben auf geht's truppen zusammenstellung truppenzusammenstellung lalalalala lala 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 ja richtig okay ich speichern noch mal und jetzt eigentlich wollte ich jetzt schluss machen aber ich mache jetzt noch weiter ich speichere nur mal schnell das spiel überschreiben und um sicher zu gehen starte ich kurz mal die aufnahme neu wunderbar so und wir gehen direkt mal geradeaus weiter abilities dürften so ich kann nicht geradeaus weiter coole sache wir gehen links rum sagen wir jetzt nicht ich muss hier in raum durchsuchen das sieht genauso aus wie immer anderen garten was sind wir noch an dem schloss nummer eins okay schloss nummer zwei schloss nummer eins schloss nummer zwei ist da hinten was zurück muss jetzt hier irgendwelche ja die sind weg hier komme ich wieder auch ein ich ja was machen wir suchen alles nicht dass hier was ist ja nichts da nichts da nichts da nichts da nichts muss ich hin was muss sich da kann ich da rein da kann ich auch ein nach oben oben ist eine gute idee lalala wo muss ich hin hier zwei schon wieder hey du ich habe schon mal besiegt geht mal weiter ihr müsst dem am ende sein auftrag willkommen dich um muss ich komme da auch nicht mehr klar so ich will das teuer so wird wie früher ok sehr für mich gibt es wohl kein zurück mehr ok ok verstanden scheinbar sind wir richtig und kämpfe wie schon wieder solche chance auf erst schlag wein haben wir da axel du kreis an du kreis auch an du russ schieber um 900 schaden das tut weh hätte 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 sein m hat gewann bist du tot natürlich nicht was war ich mit normalen angriffen Das dürfte reichen. Bist du hinüber? Du bist hinüber. Yay. Lalalalalala haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Kein Level up, Zaubersplitter. Wahrscheinlich mit Donner. Ähm, Lemon Donner? Moment, da haben wir doch... ... kurz was nachgucken. Ähm, Donnerwandler. So, was sei, wo bist du? Dynamo Stein gemacht? Blitzgar. So, 20. Aber hebe ich mir erst mal auf. Ich weiß nicht, wozu das da ist. Moment, was hat man da noch? Das letzte Atem davor. Ach, Gatling, dann kann die schon. Okay, wir gehen nach oben. Ich habe das ungute Gefühl, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Das war der letzte von dieser CD. Ich hoffe es zumindest. Ganz ehrlich gesagt, komm schon. Schloss 2. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie... Was soll das heißen? Schloss 2, das hatten wir doch schon mal. Was bist du denn? Du siehst aber aus wie etwas, das gegen... ...dass allergisch sein könnte und du hast Item drin. Du machst sehr viel Schaden. Schweigen und Blenden. Triple Visage. Okay, komm schon. Jiva Attack. Das ist jetzt meine Lieblingsbeschwörung. Ja, jetzt ist nicht das immer ein Post-Ultra, aber ist in Ordnung. Wow. Komm, Knüppel ist kaputt. Also wenn es jetzt nicht wirkt, dann mache ich es das nächste Mal. Wenn der jetzt nicht kaputt ist, Analyse bitte. Was ist das für ein Vieh? Und wie viel HP hat das noch? Wahrscheinlich jetzt so 4, 5 oder sowas. Irgend so ein Scheiß. Das hat noch... ...2000. Was haben wir drei Köffen, die Bann? Äh. Wir haben jetzt versucht Gift-Chain. Wehrlos. Mensch, schwach gegen Feuer. Absorbiert. Gift soll das heilig heißen. Ja, da war gerade Wehrlos. Wehrlos. So, glaube ich. So, das Eis heißen? Ach, nee, das soll nicht Eis heißen. Das soll irgendwas anderes heißen. Eis kann ja nicht sein. Ähm. Machen wir das mal. Du bist allgegen allergisch. In der Runde GF und dann dürftest du ja. Na, komm. Bei dir lauf ich bestimmt nicht weg. Du gibst nämlich ganz bestimmt zierig viele EP. Komm her. Ja, bumm. Jawohl, 3000 Schaden. Und das Vieh steht immer noch. Gift. Nein, 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 nein. Giftgas ist nicht gut. Das wirkt nämlich scheinbar auf alle und sagen mir jetzt nicht, alle haben einen Giftzustand dran. Nein, die sind... Ihr seid da auf. Was zahlt der Scheiß denn jetzt hier? Giftpuder. Wunderbar. Schiwala Level ab. Hilfes Level ab. Zirin Level ab. Super. Zum Glück habe ich noch ein paar Mega-Pillen. Super. Und damit das jetzt alles nicht ganz so lange dauert... Was bei Levelstärke für uns... Ähm. Leck mich, Gegner 0. Keine Behinderung da. Okay, da war es Schloss 2. Kann ich mich hier noch weiter umsehen? Ach, scheiße. Warum ist das jetzt noch so riesengroß? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, hier sind irgendwelche... Kann man... Hier sind umgedritter Stuhl. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Oh, ich will diese CD eigentlich heute beenden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist, ey. Okay.